WaspapinFam, Simon hier. Momentan fast täglich am Stream auf Twitch unter dem Namen Okami Vibes. Wenn ihr mal Bock oder Zeit habt, kommt auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit hier im Team Z-Rage. Es werden wilde Sachen auf euch zukommen. Wird auf jeden Fall lit. Ja, da war der. Endlich, Digga. Wartet. Ah, ok, ok, ich hab's, glaube ich. Moment, Moment. Was Streaming so angeht, wollte ich das eigentlich schon so lange machen. Gerade so in der Jugend. Games und Anime waren da immer präsent. Ihr wisst selber. Und da hat aber immer die Zeit gefehlt. Schule, Arbeit, irgendwas kam immer dazwischen. Und letztes Jahr, als der Lockdown angefangen hat, habe ich gesagt, ey, du hast jetzt die Zeit. Jetzt oder nie. Hau einfach raus. Und ja, ich hab die Chance genutzt. Bin jetzt seit einem Jahr dabei. Meiner Meinung nachläuft das super. Oh mein Gott. Alhamdulillah, Gott gibt mir everything. Gott gibt mir everything. Ey, Delarue-Fam. Ich küsst euer Herz, Digga. Ihr habt nicht mal wieder komplett hops genommen. Was geht? Kuss geht raus. Ey, Sami, Bruderherz. Sami gave me everything. Und eventuell seid ihr bald ein Teil davon. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ey, was? Bruder, ihr habt mich gaffed. Ihr habt mich komplett, ihr habt mich gaffed. Ihr habt mich einfach komplett hops genommen. Digga, ich krieg gleich einen Herzenfakt, Leute. Ey, no mercy. Was? Was? Das war's doch jetzt erstmal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat die Montage gefallen. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wir sonst immer machen. Aber ihr habt direkt gemerkt, so Knacks ist auf jeden Fall vorhanden. Aber genau das braucht man auf Twitch. Bisschen Unterhaltungsfaktor. Und wie gesagt, wir sind jeden Abend online. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit im Team Z-Rate. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Und Fam, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut. Bis dahin. Bis dann. Bis dann.